11 spitz haben ein bisschen viel oder für dich für mich und dann nehme ich mir jetzt noch die tun und macht noch die aber fertig einer ich brauch dann so ein trichter 12345 eisenbahnen ok ok ja habe ich alles leer gemacht aber ich habe den steckbrot hier reingetan in die dritte kiste ja habe ich komplett geplündert wenn ich irgendwo eine schaufel gemacht nicht die schaufel nachher quasi zum ernten ja die ist draußen die ist draußen einfach acht stunden die ist hier draußen in den drohen genau die haben wir dort vor ort liegen und jeder haben wir genau und 13 klar weil ich warte ein bisschen dann ist alles reif da passt das doch ja ich wollte auch noch mal runter gehen so in die dritte truhe wir müssen hier vorne ich setze hier vorne mit ruhe in so also hier vorne mache ich jetzt eine truhe rein wo wir material tauschen 1 2 3 knochenmehl habe ich noch eine menge durch auch aus in die truhe wo wir die hacke drin haben ich habe gesehen hier sind noch 50 knochen ich verarbeite ich auch noch dazu knochen die heben wir auch für für dings knochenmehl kriegen wir auch aus weizen können und so die knochen würde ich aufheben für hunde ok zu spät da geht es dann noch was von bis zu meine ich mache noch ein paar fackel hier sind ja auch noch acht diamanten drin mein lieber schwan wir haben ja schon richtig diamanten reicht ja schon fast für eine rüstung hast du mich wenn du auf den server kommst du ne wieso soll ich dich hauen können wir das rausschneiden hast du im stream oder wie ach so wollte er mitmachen ja aber er hat die treppenaufgang geändert ok das hatten wir auch so stehen ach ja das stört doch nicht also an meinen zuschauer erstaunt das auch gerade ich verrate ja nicht die zeiten jetzt müssen sie jeden tag den stream gucken bis herausfinden wann wir immer die let's plays aufnehmen immer samstag auf sonntagnacht schon fester muss geworden ach jetzt hast ja verraten ich habe noch eine schaufel ok muss das hier mal korrigieren ich habe mich gefragt was neulich bei minecraft was unter bettrock käme soll ich da kommt nicht mehr viel nichts also luft und da fällt so runter und stirbst ja so ist das nicht wenn du hier durch den bettrock kommt da kommt da kommt luft und da fällst du durch das feierabend creative kann sich doch gerade auffangen aber bei survival ist schluss ja immer wieder an und aus ne war es aber hier schon strom ist schon nicht bezahlt das wird der hauptgang wieder drei breit drei hoch dann fangen wir gleich wieder an mit den seiten gängen ja doch der hat nur angefangen ok dann gehe ich erstmal hier rein ich habe ich noch wie viel also warst du nicht an der truhe für dich also an der tauschtruhe da sind noch 120 fackeln drin alles klar gute nach gut und nacht und danke für die unterstützung ich höre du hast red zone gefunden und ich gehe dir nichts davon ab nein spaß ja kein problem wir haben oben genug du guck dass sie irgendwo hin packt wo ich es nicht finde oder oder schlepp es immer mit dir rum ja genau ich gehe das nicht mehr her und wenn der creeper mich trifft ganze inventar voller redstone kannst du creeper dann an den kopf werfen also ich habe noch genug fackeln danach gibt dir dann ich habe ganz deck fackeln mitgenommen das sieht mir nach erde aus dann muss ich auch bald eine schaufel dann wieder bauen und ja und ja also hier bin ich jetzt ja echt schon welche habe ich jetzt hier wo auch für zwei hier sind tatsächlich nur noch ein blog unter mir das glaubt tiefer geht es hier schon nicht mehr wenn du auf blockhöhe 2 stehst dann ist ja nur noch ein blog unter dir hat jemand redstone gefunden ja wir können damit das ganze haus verkabel und max ist kaputt gegangen du so alles hörst ja der spitzhacke war es keine angst war eindeutig der klang einer spitzhacke eine spitzhacke die noch eine hakt aussieht genau das heißt ja auch jetzt sind wir schon auf der anderen gang wo sind wir hier jetzt gelandet was dann hier habe ich wahrscheinlich mal was freigegraben oder du aber ich gehe jetzt zurück das reicht eigentlich von der länge was sind die rückwege so ewig wir haben noch ein paar etagen ja das stimmt natürlich ist ja auch noch auf der anderen seite hier aus noch was ist ja auch unser gang sein ach ja guck mal hier gold naja und da ist der gang okay brauchst du nicht da kommt ja immer nur auf gänge und irgendwann auf lava wollte nur gucken wie weit wie weit wir hier sind das alles ich kann nicht mehr bis 2 10 schon so spät dann hack mal sammeln mit dir mal das eisen ein hier noch oder kohle was du da gerade gefunden hast ich weiß nicht diamanten echt wo die hätte ich mit der spitzhacke abbauen sollen mit der diamant spitzhacke ich glaube da kriegt man mehr raus und soll ich habe das zu verhoben kann gesehen dass wir bis jetzt ein bisschen abgebaut ist auch gut wenn man zauber nach oben zu treiben das stimmt allerdings kann ich dir auch die diamant spitzhacke geben oder du nimmst beim nächsten mal die andere mit das trägt man immer so schwer das bisschen kohlenstoff diamant müsste glaube ich leichter sein als stahl oder muss ich mal nachgucken weißt du womit du diamanten ganz einfach vernichten kannst also weißt ja dass diamanten das härteste material oder mit zu den härtesten materialien gehört weißt du wie du diamant vernichten kannst ganz schnell erzählst mir verbrennen diamant brennt ist einer kohlenstoff brennt wie kohle lehrstunde zu später stunde noch eine lehrstunde ich weiß ja nicht wann die zuschauer gucken okay okay Okay. Oh ja, Tatsache. Ich bin vom Weg abgekommen hier. Jetzt bin ich wieder richtig. Ich habe mich gerade gewundert, dass ich so Bedrock vor meiner Nase hatte. Das passiert schon mal. Nur wenn ich zu tief komme, ne? Ja. Schon wieder. Ja, aber hier unten ist ja Kohle, die ich noch mitnehme. Versuche mir so viel mitzunehmen, wie es geht. Viele lassen auch einfach mal Kohle liegen oder so. Ich nehme das alles mit. Wenn ich schon hier bin, irgendwann brauche ich es. Du bist zu tief, ne? Eins zu tief bist du. So. Okay. Boah, ist der Gang schon lang. Ach du Schreck. Ui, ui, ui. Okay.